heute haben wir einen guten tag und willkommen zu 8 es geht zusammen mit dem jan wir werden uns gegenseitig töten und versuchen einfach mal ein paar lustige runden raus zu bekommen so was haben wir denn hier in der ersten kiste nicht holz werden kommen holz schwert du bist eigentlich bald boy ich denke mit dem typ ganz seine holzschwerter weg hey was ich weiß doch wieder die erlaubt die ganze zu mir und er hat fünf holzschwerter verkauft er bitte kannst du irgendeines in die mitte werfen okay mach ich ja hast du drei gold apple einer kiste oh ja ich werde geboxt welche sollte ich kommen bitte ja ich bin in der mitte ich drop 1 und auch schon ich einen goldapfel und holzschwerter unhaftig in der mitte okay man hier auf der anderen seite da sind sie da sind die sachen hier ist jetzt ein goldapfel geht drauf okay ab jetzt töten wir uns okay ich habe ihn gekauft dass wir eine mitte und er ist gut ja wir sehen uns in der nächsten runde okay bist du tot nein aber ja klar nein noch nicht aber ich gewinne jetzt wahrscheinlich ich hab ja ein rat mal wie viele kuchen ich hab wie viele vier alter du kleiner abstauber junge und frag mal wie viele goldäpfel ich hab wie viele drei okay wie viele feier ich hab ja ich hab dir eingegeben zehn aber ohne mich wärst du trot ohne mich hätte ich jetzt der match beginnt aber wenn ich dir nicht geholfen hätte wessels tot ich weiß auch die nächste runde okk es fast vorleihen erst fast vorleihen ja verdient verdient ja nie schlecht man spielen kann das ist so die frage wie schlecht man einfach spielen können die jungen die jungen schott die jungen schott papa gg wird dabei wieder der packer hin und gespielt schon wieder diese map obwohl ich die wirklich hasse ja okay eigentlich ist sie cool ich gewinne auch auf drauf muss man gut zu gehen nein der geht meine gute opfer geht man rute geht die denn lang hier okay wo geht die lang hier ja ich habe schon wieder kann diesmal schenkst du ein schwert ich würde jetzt ein ich mich ist das oh cool ich habe sachen ja ich habe schwer habe angehört dass wir zu easy auf dem server wie zu is alha junge abgehoben das ist viel zu abgehoben ich bin ich bin klein ist ich werde ich töten ja für ein fight in die mitte ich sehe dich ist jemand ja mich schlägt jetzt gerade fast jemand kaputt hat das war das war ich wollte erst die den töten dann hat denn er hatte joe ein herz baby gut abgestaubt man da sehen wir uns gleich wieder in der vier wir machen fünf runden da sehen wir uns gleich in der dritten runde tschüss joe willkommen in der drinnen runde leute mit dabei wieder der pack mein und hier habe ich eine wunderschöne rote ich habe eine wunderschöne rote ich habe eine wunderschöne rote man jemand ist vor mir vor gekommen ein paar stein schwert ich habe die wunderschöne ja genau genau der typ der zum pixel wolfs einfach voll der volle rüstung ja bei mir hat jemand so richtig krass ist volle rüstung und holz schwert volle chain rüstung und holz schwert und pixel wolfs kind ich tötte den mit dem pixel ich muss jetzt hier so mit einer angel goldschwert und hier so überleben und sie sind alle so voll iron und so helfen das geht ja doch geht so selten war ich mal hier sind voll viele kisten ach das ist eine rote bestimmt hey hier ist einfach nichts gelootet tschokobo eine gute leider abgucken es gibt vielleicht ein hero 2.0 hat kontrafter glaube ich in seinem video ja ihr habt alle ein chrisinator ihr seid super toll ja lasst ihn nicht nehmen kommen habe hätte teamen aber auch noch hab noch hab nein ich bin ja weg ich nehme doch auf jahren ja und ich bin heute das war mit der dritten runde ja nicht macht das jetzt und dann sehen wir uns gleich in der vierten tschüss jo wilkom in der nächsten runde ja 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 wieder auf dieser map hier ich habe jetzt hier auch so eine gute ich habe hier auch ein eisen und jetzt noch ein stick aron und ein jemand ist meine rute gegangen nein mach meine angel ist kaputt aber dass du also wenn dir ne ich brauche ein eisen oder in dir dann habe ich über die erstellt ja ich nicht oder eisengeschwert ja ich werde ich töten hey ich habe dich auch ich habe auch geholfen was die team darf man nicht ich glaube die team oder sie lassen sich hinterher ich suche noch nur einfach fecktes eisen das war's dann und dann sehen wir uns gleich in der 5. runde tschüss und dann sehen wir uns gleich in der 5. runde tschüss und dann sehen wir uns gleich in der 5. runde tschüss johle they willkommen in der 4. runde mit dabei der pack fünfte runde mal nicht nein ich hab kein schweb bekommt er hat mir alles weggenotet vor der nase gesehen was hast du schlecht gesehen zwei krise nater okay bei mir war nur einer eisenbrust panzer läuft oder team welcher team welche oder wenn ja kommen wir die weg team nicht ja pass auf dass ich nicht töten kommen ich bin fast vor allem bis auf schuhe ja ich bin ich habe mir der schuhe aber ich möchte ich aber nicht töten ja ich sehe nicht nein für team nicht an deswegen bitte ich tötte ich jetzt nein bitte nicht hast du mich geschlagen ich habe ich irgendwas ach du hast mich gesagt ich dachte wie kommst du so schnell an mich ran ich mach keine pack mensch die sind voll schleimig voll schleimig und schnell oder ist der andere das andere im haus ich gehe ins haus und töte den anderen hast mich hauptsache hab ihn erst runtergefuhren ok jetzt warte ja ok was machst du oder ne ich hab den bock zu kommen bitte ok warten hast du mich gibt mir ganz mit mir dran geben ganz mir gehen warte kurz ich muss dich kurz schlagen damit das originell weg nun jetzt warte hast du dir für mich ich hab zwei eisen für dich ich mach mir noch ein eisenschwert was ich habe jetzt zwei eisenschwörter und die erschwert die erschwert die erschwert oh oh irgendwo so hinab alter hä wieso ja und habe ich gesagt dass du noch wie viele alter wie viel hat es noch ja leute das war es dann mit den fünf runden achte es gehen wir ich hoffe es hat euch gefallen dann sehen wir uns bald wieder aber vergessen nicht bitte und like okay ende aus